Information zum Bahnverkehr Der Bahnverkehr im Bahnhof Däniken auf der Strecke Olten-Aarau ist unterbrochen. Es ist mit Verspätungen, Zugausfällen und Umleitungen zu rechnen. Die Dauer der Einschränkung ist noch unbestimmt. Information zum Intercity 1 nach Genf Flughafen Der Intercity 1 nach Bern-Rosan-Genf Flughafen Abfahrt 8.02 Uhr wird ca. 10 Minuten später abfahren und verkehrt ab Gleis 7. Information zum Intercity 1 nach Genf Flughafen Der Intercity 1 nach Bern-Rosan-Genf Flughafen Abfahrt 8.02 Uhr wird ca. 20 Minuten später abfahren und verkehrt ab Gleis 7. Eine Gleisänderung zum Intercity 5 nach Rorschach Der Intercity 5 nach Aarau-Zürich Hauptbahnhof-Rorschach Abfahrt 8.20 Uhr verkehrt auf Gleis 8. Information zum Intercity 5 nach Aarau-Zürich Hauptbahnhof-Rorschach Abfahrt 8.20 Uhr ist noch nicht fahrbereit und verkehrt ab Gleis 8. Information zum Bahnverkehr Information zum Bahnverkehr Der Bahnverkehr im Bahnhof Deniken auf der Strecke Olten-Aarau ist noch nicht fahrbereit unterbrochen. Es ist mit Verspätungen, Zugausfällen und Umleitungen zu rechnen. Die Dauer der Einschränkung ist noch unbestimmt. Wir organisieren derzeit Ersatzbusse. Wann diese Einsatzbereit sein werden, ist noch unklar. Wir informieren Sie regelmässig über die aktuelle Situation.